E-D-A. Am Start. Und die anderen sagen nichts. Ja, moin. Ja. Ich komm zu dir, okay? Ja, hier ist Circle Wheelies Am Start, Leute. Mit dem Wheelie Moped mit dem Torhaut. Max, wo bist du? Ich hab Jet, Digga. Digga, ich bin bei meiner Basis in der Nähe. Achso, ja, hier bin ich, Max. Ihr habt wahrscheinlich noch nie gesehen, was ich schon alles hab. Ich zeig euch mal so einen Standpunkt, was ich alles hab. Nein, nein! Ey, Digga, er ist explodiert! Warte, okay, okay, warte kurze Werbeunterbrechung. Nicht Spaß. Ja, okay, auf jeden Fall. Digga, ich roll. Das ist nur nach 15 Bremsen. Okay, ich hab... Bisher hab ich ne Basis, ne Plantage. Habt du das überhaupt aktiviert? Irgendwo hier, ja. Gelddruckerei. Ey, ey, was für Gelddruckerei? Jetzt hab ich schon zu viel aus, das Geld ist heute geguckt. Äh, Dokumentenfälscherei. Motorradclub, Bunker. Ja, scheiß drauf, gib mal. Äh, Lager, halt alles, was zum Büro gehört, Wohnungen. Jetzt, man hört dich jetzt halt nicht, gell? Ach, gar... Achso, das Garage von Nils. Noch ein Apartment. Ja, und sonst hab ich eigentlich nichts weiter. Ich hab noch ein paar Krassautos. Doch, das hab ich noch. Wir wollen jetzt erst mal auf Akt 2 spielen. Nimm mich mit, nimm mich mit! 아침, nimm mich mit! Nimm mich mit! Fischkopf! Fischkopf, Gang. Gang, geht mir davon ab. Ja? Digga, du kleiner Pisskopf. Nils, will ich nicht verarschen im Stream, Nils, komm jetzt wieder zurück, komm zurück du Larry, es ist wirklich so, haha du kleiner Pisser, geil Junge, auf deinen Nacken erstmal ins Cash, warte mal, muss ich das jetzt bezahlen, ah ne, du hast schon bezahlt, oder, ah ja, 28 Dollar auf mein Neck, ja wir spielen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Akt 2, Bruder, Bruder, was geht noch, ich war nicht so, ich hab gedacht, das wärst du gewinnt, ey Digga, was spielst du, mit ner Pump, da ist noch einer, da ist noch einer Neck mit dir, hab ihn, Pump gangliert, komm, komm ran, ah, ich kann bei dir wieder nicht rein, ey, du hast nicht eingestellt, ich kann, komm, bei dir nicht rein, ey Digga, ich hab gar nichts eingestellt, Bruder, ich muss so kurz warten, bis ich drinnen bin, weil ich bin noch im Screen, ne, ne, bocken war es, äh, letzt mal war es doch auch so, fuck, du, fuck, beitreten mit nahen Freunden und Crew, ja, ja, eintreten, nenn ich, wie viel für Rolex ist, oh, jetzt, Junge, kurz, das ist keine Werbung, gönnt euch dieses Logo, mhm, beste, Digga, wie soll ich meine Skibrille, oder halt diese, ja, ja, aber, jetzt,PS release, Ehhh, Ja, wir sind, ja, du kannst ja- zulassen, da Gang-Sty Aven, euch nochmal sagen, ja, dass die- das geht, wenn die Gerichtigkeit schnet, zwei Minuten nicht momentan, ja, man hat ein Zug, hey, du kannst jetzt schon mal einstellen, dir sind, Also merkst du, ich hab wieder Waffen am Start, Digga. Jo, warte, ich muss kurz Outfit. Digga, jetzt bin ich angeschossen. Es sieht so k... Digga! Ich bin einfach ein kleiner Larry. Wo ist mein krasser Hut? Kleiner, kleiner Larry, 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 Larry. So. Kette, Goldkette. Ja, Mann. Meine Gucci-Kette. Tuch. Was für Tuch? Digga, was für Tuch? Handschuhe. Okay, die gehen noch. Outfit hab ich. Oh, Digga, ich... Ich könnte mich grad selber... ...am Arsch lecken. Was los. Oh, ein Zuschauer, Bruder. Wow. Seifen. Das macht wie jetzt. So, okay, jetzt bin ich. Nils, gönn dir meinen Hut. Wo bist du? Digga, wo... Ich komm. Hier hinter dir. Klopapier, eine Rolle. Verkacke ich dir. Hinter dir. Mongo. Hey, was spielt ihr? Fortnite. Hast du nicht andere Spiele außer Fortnite? Immer wenn du On bist, spielst du nicht nur Fortnite. Mir langsam nicht mehr. Da hab ich das Gefühl, da hab ich von jedem Spiel irgendein Video oder Stream gemacht. Fortnite, GTA, Black Ops. Was gibt's noch so was cooles? Kein New English? Das ist nicht Spaß. Nils Copyright. Junge, den hab ich nicht Copyright. Oh Junge, jetzt muss ich... Äh... 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 Ah, hier. Aber ich lass mich wieder ein... Wenn du mein Schuh meiner Darfels... Wie kleiner Spaß... So... Schau mal, dann hab ich dich eingeladen. Ja, warte, komm rein. Mh... Dann ja, schau mal, wie ich schwul da sitz. Mh... 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 Digga, wahrscheinlich hat wieder Standards. Das ist so richtig übertrieben. Oh mein Gott, I feel it! Dann wahrscheinlich... Oh Karl... Ey, wieso... Ach so... Molotow Cocktail lieber nicht. Am besten mal ne Waffe. Ach... Hier, komm mal schon näher. Okay, lass jetzt direkt starten. Kein Bock. Die verkacken... Sonst verkacken die anderen. Nein, Junge, jetzt ist grad einer beigetretene. Hä? Spieler tritt bei. Bitte warten, steht da. Bei mir ist keiner beigetreten. Bei mir ist keiner beigetreten. Ja, bei mir auch nicht, aber irgendwie steht's halt da. Ey, der Mongo. Hallo! Weg mit dem Dreck! Oh, Galactic... Kuba... Obama oder... Kuba... 93... Leckt mich am Arsch. Junge, der sieht schon aus wie so Bombenattentäter ohne Witz. Gefängnisausbrecher, Junge. Fällt mir nur das orange in den T-Shirt. Digga, wie kann man so einen hässlichen Skin haben? Guck mal, der hat die Zahlen mit mir getauscht als Level 98. Ey, Nils, wir müssen mal wieder auf der PS3 GTA spielen still. Wenn deine Schwester erlaubt. Nils, ich mach mit dir. Nils, ich mach mit dir. Nils, lass den machen. Na ja. Der sieht geil aus. Nils, wir sind die Fahrer, Junge. Mersedes, Mersedes. Ich hoffe, jetzt steht da wieder mein Schlagen GT. Dann können wir Mersedes, Mersedes... Hey, Nils, hast du jetzt eigentlich morgens Zeit? Dann wirst du nicht. Nils, wir sind die Fahrer, Junge. 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 nicht reich wird er ließ ich habe auch noch eingehen und zu den Zettel nicht nur ein Zoller Bruder Lamont ist ein bisschen gespritzt sie hat mich abgelenkt für kleine Spritze der kann ich mal aufhören Prozent ja was machst du immer in dem Wasser schießt ja okay dann schießt die ganze dann kommen wir niemals an mach halt es ist dein Glitch dass du Cash hast ja du kannst eigentlich jetzt auch schon mitreden Bruder Carbonite ey was zeig dir mir den Gefänger Kamera wie du wie man dich hört okay ja das sucht ja kein das dauert nicht mal eine Minute denn Digga das dauert 30 Sekunden weil die hören dich nicht ich werd den dein ich stell dir vor man hört ihn schon und keiner checkts ich guck mal nach ja ich frag mich wer eingeschalten hat also nicht du jetzt aber vorhin ich liebe diese Dinger ja Fynn sag mal was ok warte Fynn sag mal was ok ja hört man dich? ja ok Fynn man hört dich nicht man hört dich nicht man hört dich nicht Coverneight als Autofahrer oder Fynn sag nochmal was sag nochmal was Coverneight oder Fynn sag nochmal was sag nochmal was sag nochmal was einfach voll schnell ich wirst dir ich wirst dir bist du bereit? du gehst auf Party also auf Party Symbol und dann äh Ding gehst du auf Party Einstellungen und dann immer zulassen also dann zulassen dass deine Stimme geteilt wird dann drückst du drauf dann an immer zulassen ich weiß ich weiß Ich weiß oh Digger oh Bruder tother Winkel Fynn Hastungs ja und jetzt mit das ja warte ich schau sag mal was nochmal ich muss kurz erst mal, ja Finn, warte kurz, ich muss gucken. Nils weiß noch diese Mission, Akt 1 war es, glaube ich. Ja. Okay Finn, sag mal was. Hallo? Okay Finn, sag mal was. Hallo? Ja okay Finn, man hört dich. Okay. Digga, ist das Mustang gewesen? Merk, seh das. Oh fuck. Ups. Digga, du wuuu. Ups. Max, noch nass machen. Hätte ich die Motorradfahrer abspritzen sollen, dann wäre es einfach runtergefahren. Hey Digga, wie fahren Sie denn? Oh bro, ich hab... Digga, dieses Ding ist anderswendig auf jeden Fall. Merkst du schon. Digga, ich mach mal das Auto alles sauber. Ja, das ist nötig. Ja. Unser ist wahrscheinlich bald auch, also damit wo wir grad fahren. Wasserwerfer dann. Ja, ich mach nur was sauber. Hm, 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 hm. Keine Ahnung. Abonnenten oder jetzt grad Zuschauer. Zuschauer halt. Keine Ahnung. Ich glaub gar keinen. Wenn ich aber auch öfter Streams machen würde, dann würden vielleicht auch... Ding mal, Leute, zuschauen. Und wenn ich halt mehr Abos einfach hätte. Aber ich bin jetzt so ein Abo-Geier. Ja, hm, 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 ma, hm. Vielen Dank im Mund, dass wir uns direkt einschliere. Da würde jetzt reden? Oah, Nihil zerbeEvet. Promés war erleben. Laas認, mo please, hairy. Maaschalows, maschal backed. mehr als ein feuerlösen weg der wäscher ist so weiter weiter das b die 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 als eine umgekehrt dieses ding ist so scheiße zu haben ist ab jetzt kommt n Bakker kommt bei der Falle genommen denn sie sind festplatten ich denke festplatten die man als Mann war der kurze Kilo auch bis hier erst noch ist hier das ist der eine typ sichert die festblöten ihr wächter in der wächter Habt ihr's? Kriegt ihr's dann, ne? Ja, der eine muss, der eine muss es, glaube ich, machen. Glaube ich auch. Weil ich kann hier nichts machen. Ja, dann musst du's machen. Weil geh du mal hin. Ich kann's nicht machen. Digga, ich muss gleich ausmachen. Kein einziger. Ja, der kann's machen. Soll er es halt mal machen? Ich steig schon mal ein, oder willst du wieder fahren, oder was soll ich auch fahren? Digga, die fliegen gerade in GTA, der ist gerade in der Mitte, da bin ich geflogen. Oh, hinten kommt noch ein Ding, ne? Ich save ihn. AK47, ich nicht was. Okay, Digga. Digga, Digga. Ups, ich wollte vor dich stehen, dass du direkt einsteigen kannst. Digga. Ich habe noch keinen einzigen Kill. Juck. Das war jetzt eigentlich nicht so die schwerste Mission, wenn ich ehrlich bin. Nils, da kannst du, du kannst fahren. Ich fahr damit. Ich fahr damit. Ich fahr damit. Die, die. Sehr geil. Oh, Digga, ich habe gerade richtig die Ehre genommen. Das hat ein bisschen mehr PS drauf. Und Karma. 2. 2. Endlich. Spritzer. Ey, Digga, da wo die Zone gerade ist, der ist richtig geil. Rutscht dich da nicht. Du? Was? Wie können wir das überleben? Digga, ich kann alle crashen. Echt? Ja, man. Ich nehme zu. Ja, man. Ich nehme zu. ich bin das ist das war schon gar nicht getroffen jetzt aber weg mit dem als er die ganz nicht kaputt gegangen der auch jetzt Achillul, du bist ja schon drei Kilometer weiter. Digga, da hängt direkt einer an deinen Arsch. Ich komm. Wie viele Kilometer sind es bei dir noch? Oder wie viele Meter? Fuck, das sind Gegner überall. Warte, ich komm, ich komm. Bleib stehen, bleib stehen, ich komm. Äh, Digga, nur abstauben können sie. Der ist mir ein paar Meter vor dir. Äh, bei. Stimmt. Digga, fuck den. Digga, direkt. Digga, schon nie, dass sie sitzen. Digga, was geht bei dem Schieb? Okay, ich fahr den Wasserwagen hinterher. Ja, wir saufen. Verlaste das Gebiet! Hä? Jetzt. Geht an mir los. Verlaste das Gebiet. Ja, warte, ich muss, warte, ich muss rein. Der andere hätte auch reingemusst. Der andere hätte auch reingemusst. Oh, Digga, so ein Mongo-Kind. So ein Mongo-Kind. Oh, so ein Mongo-Kind. Halt's Maul. Jetzt muss das aber ficken, so wie die, ne? Nein, ich hab fortfahren gedrückt. Ich glaub, es geht trotzdem diesmal. Nils, ich hab's im Urin. Ja, geil. Wir sind zwar jetzt da, aber es geht. Weiß, was macht er unser Mate? Nein, Digga, er haut ab. Er haut ab. Deswegen hätten wir zu zweit spielen sollen. Hätten wir dann irgendwie rauswerfen können. Digga, Max, bei mir ist grad richtiger Bug, der ist, ah, der ist einfach grad der Spitz hat, der rumgelegen. Digga. Sind alle drin. Hallo, du Mongo, jetzt steig doch ein. Ich komm. Oh, Digga, dieser Wagen. Ist auch mal wieder der aller schnellste Bruder. Ich mach uns bisschen sauber. Ich lebe meine Arbeit. Ich kann so glauben. Ey, Finn, Copyright, Finn. Oh, ich hab die Autos wieder. Ich hab Hits bekommen. Ach, wenigstens hab ich. Ich hab die Autos. Ich schon brauch's. Nein, Nils, nein. Nee, wieder alle zusammen, sonst fällt's wieder wie vorhin. Junge, dann spiel ich nicht nochmal mit dir. Ohne Spaß. Ich weiß, du bist doch Wochen auch gefallen. Man kann mit den Autos fahren, bis man halt beim Standpunkt ist. Okay, wenn wir wieder verkacken, dann spiel ich nicht nochmal. Also wenn wir jetzt wieder verkacken, deswegen. Ich mach's dir ein bisschen rutschig. Geht das? Aber jetzt bin ich dort, Bordbeschützung kann schießen. Und ich am Arsch. Ja, wegen dem schieß ich ja jetzt, weil in dem Ding kann man nicht schießen. Ja, das Ding, was du grad verspringt, der gar nix, gell? Halt mit dem Geschoss. Äh, Geschoss. Scheiße, ich bin voll vorbeigeheizt. Nee, ich auch. Weil du auch vorbeigeheizt, weil ich vorbeigeheizt. Mach mal nicht nur einen C-Level-Korn, ich hab den Zink. Oder? Ja, ich lenk die voll gut ab. Okay, es steht ne R8. Einfach so am Rand. Oh, Junge, hast du das gesehen, Digga? Ich bin der Baba. Ich bin der Big Babo. Wenn ich einmal rüber ziehe, bist du am Arsch. Oh, Junge, nein, 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 bitte nicht. Am Ende explodiert der noch. 1.0. Ja, meiner ist stärker. Nee. Ist er nicht. Glaub mir. Okay, du musst mich jetzt wieder reinlassen. Okay, jetzt war durch. Nein, Digga, 11 HP. Okay, wir müssen uns Feuerlitz löschen. Jetzt kann ich mir eigentlich wieder aussteigen. Ich steig aus und du bleibst drin. Oh, sorry. Nils. Digga, wenn ich jetzt sterbe. Nils. Ich habe mich ein bisschen nass gespritzt. Ein kleiner Spritze. Ja, geil, dass Teammate auch aussteigt. Jetzt kann ich das ganze Feuer alleine löschen. Richtig nice. Ja, Digga. Was ist denn das? Ja, Digga, ich sterbe hier noch ohne Spaß. Ja. Der, wegen dem sind wir ausgestimmt. Untermate benutzt die Alienpistolische Dumpf. Treff ich den Wagen von hier? Äh, ja. Rüber. Zu A. No way. Zu A, A ja. Okay, ich muss ausmachen. Nein, 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 nein. Auficklaufen! ich glaube zu den einen komplett bespritzen ich habe mich nicht mehr schau und gar nicht gestorben karl 2 über das ist jetzt mit a via schade stimmt ich kann nicht gehen ich kann nur mit wasser voll spritzen kommt ihr oder unvermeldet junger wieso macht er selbstmord der mongo kind so ich verpissen ich schwöre ich drehe durch noch wegen dem deswegen hasse ich es mit mehreren jetzt müssen wir wieder genau wo starten wahrscheinlich wieder am arsch der welt wenn wir wegen dem mongo wieder in der wüste starten dann gehe ich zu denen nach hause stecken stift im arsch so dass er aus dem hals hier herauskommt er keine luft mehr ja junge ich geh jetzt zu den nach hause nicht wahr ich schwöre es darf jemand von euch fahren juckt mich nicht ich war die junge weicherstes auf dem mongo kind kann ich den boxen kann ich den boxen ich boxe weg ein hund die kleine arsch schritte die jetzt kommen mehr sind es mehr sind es nicht was ja ich probiere das mal und zu schwitzen okay geht nicht ich gehe einfach durch der hat sich nicht gewaschen ich weiß aber es kommt noch eine laffina die lese gratis wäsche mann halt egal du kannst ja eben sein dieses auto ist so ein der fährst du Turbulenzen oder was ich habe nach hinten geguckt und habe es zu jetzt kommen die da wieder die kleinen mongo ist der die Scheibe von dem ich bin fast am Arsch gell oder es ist unser teammate der auf seine Scheibe geschossen hat ich weiß nicht nehmen kann in dem auto nicht schießen ja die glasscheiben halt ja er zu sagen den klopp selber durchgeschlossen digga kann ich spritze jetzt durch die scheibe durch spritz durchs das ja komm überholen mich als er nächstes jetzt so am Arsch und die ganze Zeit in deinem Fenster so was das heißt ja auch noch so mit so viel ja ich will jetzt nicht verkacken bitte Nils warte ah ne ne bis zum Punkt fahren stimmt Messer und wenn der scheiß mongo das jetzt nicht Nils lass mich aussteigen wieder Messer 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 Ohna so Heiz Digga hör auf mit dieser Waffe Teammate Ok wahrscheinlich sterbe ich ich bin schon dabei gerade alles zu killen die da sind Ok musst du auch fahren warte auf mich kurz dass ich die killen kann ja oder spritz sie bisschen nach Prozent um ein Gott und die Schmerzen stattdessen als der Fall war gut ich bin fast tot er hat dann das nicht durch ich bin ich mir aus und der Job ist erledigt Digga wieviel Hitzbilder in seinem Arsch bis jetzt bitte mit mir auch nur die Festplatte dann haben wir ich gehe schon mal in Wagen ich das hier wenn das hier noch Ding was zur nächsten Spende schon wieder ich gehe direkt am es alles 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 ich bin ich bin früher wusste es immer ich bin ich bin ich nur Oldtimer geworden Digga jetzt verpiss sich Junge wäre der Elster rüber geflogen er ist ja auch knapp gratis Wäsche alle hauen ab von unserer Wäsche der Junge wie die Apo und Gönn der Überrohrt Jupp die Garnet Sprezzer-Move ich habe die Scheibe kaputt gemacht 100.60 das passiert der 120 Zoll Reifen als vier Ecke Kast Kupfer stellen wir das gerade vor 3 und wir waren noch nicht aufsteigen wir hatten auch wieder auf warum könnte er es nicht den er wird die Welt davon abgeben ich sehe ich ein Städte oder das sind jetzt ich glaube ich auch kommen es ist nicht ich bekomme so viele Hits denke ich nicht sie ist es könnte halt auch nicht helfen weil sonst fackeln die dinge ab stimmst jetzt sie als die sich nicht mehr der bett bekommen jetzt bin ich nein für mich ist tot bei mir wird knapp ist jetzt kommen hinter den wagen kommt hinterm wagen er kommt zu mir wieder nach dem hauen wo deutsche mauer ich will deutsche Mauer und wird bei mir ne ich bin dort dann schiller einfach nur versteckt sich der ich bin jetzt fast tot egal warum steht und so weiter zahl einfach nur nein rechtlich einer ich hab alt 4 gelähmt er liegt am Boden tschuldigung unser Maid ist tot er ist dumm Junge wie schlecht ist unser Maid wir verkacken die ganze Zeit wegen dem jetzt müssen wir alter halt doch einfach's Maul ich bring die Pizza denn kurz weg okay ja man die Pizza er hat 4 Kills mit beide 14 er hat 4 Alter ist der Kacken Junge wie kann man mit 4 Kills sterben muss gleich muss sich ja arg zurückgehalten haben was kann der Typ überhaupt Kacken wer nicht oh man Leute ich glaub um ich mach jetzt auch langsam bald den Stream aus ich glaub um halb halb 10 der Pisser oh Junge der Güney der Güney Alter nee nee unser teammate hat verlassen ja der Typ ist geliebt halt doch's Maul warum der Junge wir müssen jetzt wahrscheinlich alles neu starten ja wenigstens ist er ja die Lutscher und die ich denke ich habe nur so eine Mauer hat einfach nur bei den Missionen schon mal zu schwer werden jetzt die Reitschaften ist ja es ist erschaffen ist Du weißt, dass wir es schaffen. Wir sind einfach die Kings. Nee, dann kommt wieder der Ich bin dumm und ich kann nix. Ich bin Level 98. Welches ist der Level? Der war Level 98. Welches Level bist du eigentlich mittlerweile? 28. Kannst du jetzt Haftbomben kaufen? Ja. Oh, zwei Leute gucken mir schon zu. Alle, die mir zuschauen, also ihr zwei, schreibt mal in den Chat. Einfach irgendwas. Einfach irgendwas, ja. Ja, und... 120 Zoll. Warte, ich hole meinen Schlagen. Kann der eigentlich auch hier? Kann ich dann mit rein, rein gehen? Also rein... Schon. Kann man denn nur hier anfordern? Das interessiert jetzt. Ehhhh, schlagen ist am Arsch. Na ok, komm dann nämlich mal. Wo kommt denn? Wo kommt denn? Wo hat denn der jetzt geparkt? Kannst du mich da hinbringen? Ja, komm hier rein. Oder warte, ist das unten drunter? Weil ich jetzt wischen. Ah ja, moin. Guck mal, wo der geparkt ist. Digga. Wie finde ich den? Das geht. Davon habe ich nochmal zwei Stück. Durch den Glitch. Hab den ja auch nicht selber aufgetunt. Wie gesagt, durch den Glitch. Lass einfach den. Nein, nein, lass den Flughafen. Ich mach den Flughafen. Ne, warte, ich kann, ich kann was von mir anfordern. Lieber Pegasus. Ich hab bestimmt irgendwas. Nein, Junge, jetzt bin ich auf Dodo gekommen, ich Mongo Kind. Und... A beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Hello, this is Pegasus lifestyle management. Savage. Scheiß drauf. Komm, wir machen auch so, auch so... Oldschool Rentner, Dodo. Der Digger, wo ich jetzt, der... Dodo. Dodo. Ah, hier. Der Digger, bei dem Wagen schleift alles am Boden. Ich halte tiefer, tiefgelegt sein Fadi. Und die kommt mir das grad voll vor, als würde der voll langsam fahren. Und, ja. Ja. Oh, ich... Hab grad nicht hingeguckt. Digger, Ego Perspektive, Bruder. Digger, wie du darfst jetzt. Du schaust scheinst so gar nicht auf die Straße und ich juckt so gar nicht. Hey, ich guck auf die Straße. Aber wie sieht so aus, wie du gar nicht guckst? Hey, wo guck ich bei dir? Du schaust nach links oben. Hey, bewegt sich mein Kopf? Ja. Schau mal zu mir. Und was? Oh. 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 Das gesehen. Es ist fast ein Unfall in dir gebrochen Spaß. Oh. Ich bin schon. Oh. Oh. das ist sie in der Ausbildung da ist noch gerade eine Klaaschein über kaputt man sich nicht mehr auf und gängig 9 ich möchte hier der wir umgeschossen aber einfach ein bisschen zu schließen der sie jetzt jünger treff Nein, mach keinen Stress. Bitte, Nils. Hör auf, die zu zünden. Warum? Spiel der unnötig Cops gleich wieder. Wenn man dreimal Scheiße baut, kriegt man Cops. Ich ruf Lester an, ich schwör's dir. Nee, hör einfach auf. Wenn wir im Dodo sind, ist mir egal. Da kann ich's machen. Ach. Was hast du denn hin, Digga? Ich mach von der Seite... Oha, Digga, rennt mir ein Teil her. Du kannst doch da durchfahren. Mach ich aber nicht. Weil ich Gangster bin. Es war no joke, ich bin noch nie da durchgefahren. Ich spring immer hier drüber. Von umständlich eigentlich. Ja, aber... Das ist... Digga. Das ist einfach Nils. Das ist einfach wie Ding. Das muss ich immer machen. Du bist alle, hast Bomben weg. Oh, Bro. Hey, jetzt ist er auf einmal da. Eigentlich hätte ich auch in Savage fliegen können. Alter, schau mal in der Ego-Perspektive und wie nah ich an dir bin. Ja, bisschen Abstand vielleicht, kommt ein bisschen schwulisch raus. Oh bruh. Ah fuck, ich muss Wegpunkt setzen. Setz mal Wegpunkt. Flugzeug. Halt's Maul, setz mal Wegpunkt. Ja. Ach, das kannst du gar nicht, oder? Weil's ja meine Basis ist. Du hast es wieder weggemacht. Schau's als in Doppelflieg gemacht. Ich hab's schon wieder hingemacht. Digger, ich mach bei den Rad. Die Uhr aus. Halt zu oben. Digger. Englisch Dave ruft mich an. Halt's Maul! Lass Milikary den Chat holen. Aber... Das verließe ich, wenn man reinfliegt. Für was? Ja, okay. Jeder holt sich eins. Ich im Hangar. Meins ist das hier auf dem Platz? Ich im Hangar. Digga, halt's Maul, du wichst da. Wieso? Du gehst extra tief jetzt. Ja, ja. Dann stell mich aber, weil wir können keinen Fallschirm rausholen. Wir können uns hier... Ich gönne mir das erste. Ich hab dich hierhin geflogen, Pisser. Ja. Digga. Aber ich hab recht. Digga, wie du auch geflogen bist, ich hätte wär halt ne Fallschirm. Das ging viel schneller. Aber jetzt bin ich tot. Ja, gut. Digga, das war so dumm von dir. Du, und zwar allgemein dumm von dir, dass du überhaupt nen Jet wolltest. Ja, nein, weil du hättest einfach nur ein Fallschirm. Fallschirm wär dumm, eigentlich. Wirst nicht. Ich weiß dir auch gar nicht, wieso. Aber wenn du auch nicht Fallschirm. Und was bringt's dir? Bist du nicht schneller da, wenn du direkt mit nem Flugzeug hinfliegst? Ach. Nein, aber man muss noch ausschneiden, sonst. Und das dauert alles schneller. Und dann werden die Luftwehr... Ja, ich wär jetzt gut, Digga. Ich bin jetzt eh am Arsch der Welt, weil Raketenwerfer mich reingeflogen ist. Und bin auf dem Berg gespawnt. Geil. Geil. Achtel. Ich hol dich, warte. Ja, mit was? Ja, mit mal Moca. Mit mal Moca? Mach ein bisschen Bergauf. Ich wusste es, ich wusste es. Ich bin ein bisschen Wolltchen an der Bremsen. Jo, ich stehe einfach. Weil ich kann. Bleib jetzt mal stehen, Junge. Du Pisser. Du Pisser. Was? Ich stelle auf Beifahrer, ich wollte dich runterboxen. Ja, ich habe es extra davor geändert, weil ich wusste, dass du mich runter... Ja, weil du mich immer runterboxst. Ich stelle das jetzt auch mal ein, weil du boxst mich immer runter. Nee, ich stelle es wieder um, weil wenn... Irgendwie irgendwas ist. Ich kann dein Auto schon da und du bist weiter weg und dann kannst du dein Auto... Aber dann boxst mich nicht immer weg. Ja, nicht immer. Nee, gar nicht. Ach, ich kann es ja bei Security Surf einstellen. Dass du mich nicht rausboxen kannst. Oder geht das? Wahrscheinlich ist meine Bezahlung, Digga. Gar nichts, Digga. In den Augen. Digga, halt, Small, wie ich aussehe, Digga. Wie ich aussehe. Okay, ich kann dich auch wieder loswerden. Warte, ich wechsle in so einen coolen Design. Ey Junge, du Pisser. Ja, dann mach ich wieder den. Komm rein. Mir gefällt, ey. Pss, Mongo. Hallo. Er ist immer noch nicht ausgestellt. Ach stimmt, ja, mach ich jetzt. Kuhfreunde. Ey, dein Auto ist immer noch geil. Junge. Du Güney. Jetzt hab ich nichts gemacht. Jetzt komm her. Du willst nur, dass du mich runtergegst? Nein, Junge. Du hast mich runterge... Junge, wenn du da vorbeigehst, wenn du da vorbeigehst, geht das auch. Halt deinen Maul jetzt. Junge, wenn du da vorbeigehst, dann aktivierst du das auch kurz. Hey, ich hab... Digga, ich hab da nicht draufgedrückt. Du holst mich nicht? Ja, nicht nur, wenn du draufdrückst, auch wenn du vorbeigehst, du Mongo. Ich hol mich jetzt. Nee, ich hab jetzt einen Quad, Alter. Ist mir scheißegal. Ich hab jetzt einen Quad. Junge, der boxt mich da einfach runter. Ja, ja. Digga, willst Aufnahme gucken? Digga, guck im Stream. Spul zurück. Ich bin auf einmal runtergeflogen. Man sieht ja, auch wenn einer aussteigt, ist eine andere Bewegung. Digga, wie du einfach rausfliegst und ich hab so halt nichts gekannt. Ja, das ist, wenn du vorbeigehst an dem... Weil, guck, du bist ja gegangen von Beifahrer, dann erst mal auf gar niemand und dann... Ja, da steht ja persönlich Fahrzeugräume. Aber ich schwörs nicht, ich hab da nichts rausgedrückt. Verheiz ich da jetzt eigentlich mit dem Fahrzeug? Guck. Guck. Kann ich machen. Guck. Auch so hübsch. Geh, geht das auch? Geh, geht das auch? Jetzt kommt's. Ich schwörs dir, Digga. Ich schwörs dir. Ich schwörs dir. Ich schwörs, ich schwörs alles, Digga. Ich hab da nichts gedrückt, Digga. Ich schwörs dir. Jetzt mach ich auch wie du, jetzt mach ich auch wie du von vorn. Joooo. Joooo. Ich schwörs. Halt, Digga. Ich schwörs auch wie du, jetzt mach ich auch wie du von Joooo. Digga, wir sind so dumme Kinder manchmal. Digga, warum seh ich jetzt so aus eigentlich wie Spassi? Mit seiner Kack, Herr Hofmann. Find ich nicht geil. Nein. Voll stylish. Warte, ich ändere. Huh? Ich muss grad einen Dollar bezahlen, wieso? Ja, verdient. Einen Dollar juckt mich, Edith. Ja. Oh, ich schwörs mir Spassi. Warum ich nicht? Digga, ich kann's so nicht ändern. Mann. Wie seh ich jetzt aus? Mann, ich hab's verlassen. Was? Ich hab's trotzdem verlassen. Ach, Junge. Ich hab dir's grad eingestellt. Ich wollte grad was geiles einstellen. Hab dich wieder eingeladen. Hab ich gesagt, es war auch so sehen. Digga, ich seh genau so wieder aus. Ja, weil ich's noch wechseln muss. Komm mal her. Was ich auch seh. Warte. Wie geil das aussieht, Nils. Die ist out. Damit krieg ich auf jeden Fall jede Frau beim Date. Mitarbeiter. Wo sind die? Wo stehen die Mitarbeiter eigentlich denn auch hier? Digga. Schon mal richtig kacke. Willst du? Digga. Mach mal. Ja, gülsig. Ne, schau's noch weiter. Ja, das kann ich lassen. So? Ja. Hä? Warte mal. Wie war's jetzt? Digga, wie? Ja, so will ich aussehen, bitte. So will ich aussehen, bitte. Ja, lass mich so. Warte. Vielleicht finden wir noch was geileres für dich. Ja, das sieht doch geil aus. Ja, das sieht doch geil aus. Der mit den Herzchen und Unterhosen, den du schneehmt. Gönn dir mich an, gönn dir mich an. Ja. Der richtige Geschäftsmann, schwuler Geschäftsmann. Und ich mit meiner Unterhose? Ja. Herzchen und Unterhose. Is da. Und mit den Stiefeln auch noch? Ich sag nur Nils, ich sag nur Maschala, Sixpack, Is da. Ey, könnte man trainieren, Junge. Ich werde schon der größte Kevin Wolter, glaube, in dem Spiel. Ey, mach mal den Kack-Ding. Gleich ziehen wir auf der Spur. Spaß. Schokolade. Ne, Spaß. Juga, deine pinken Stiefel sind auch ich glaub´ sind die Yeezy Boos. 70er. Ne, 750er meine ich. Ich bin Fahrer. Dun dun, gedudum, 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 gedudum. Das ist aus. Okay, was raus? du bist du bist du bist du ist da die Erkennen der die 120 Euro Reifen er stöhnt wenn er sich aufsetzen fressen ließen hat es ist warst in den Stream gekommen, hast du was reingeschrieben, stimmt's? Doch, bist du, weil du bist grad an YouTube so schnell. Ja, 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 ja. Was? Was ist das? Was? Wie viele Abos hat er? Er weiß ja, Jonas. Darkblade. Muss ich mir mal angucken. Jonas ist aber eigentlich korrekter Dude. Ja, ne, wegen dem Fuzzi. Wegen dem Furzi. Ey, Nils, wenn wir den Glitch ein paar Mal gemacht haben, Digga, lass dann rumfahren, oder? Ja? Doch. Lass einfach Scheiße machen, krass ist, einen Wagen kaufen und so. Ja, okay, hab ausgemacht. Ja, was für Scheißreden sagt. Habt noch an... Ich war's, warte, ich mach jetzt aus. Tschau, Leute. Tschüsli, Müsli. Tschau. Mau. V.